Wir wollen diese Gelegenheit jetzt benutzen, an euch alles bedanken, dass ihr euch Mühe gegeben habt, heute hier zu kommen. Ich weiß, dass es unsere Arbeit ist, aber sage ich nochmal, Name von Flüchtlingen, die alle in Dessau hier leben, oder Umgebung, Roslau, Marke und über alle, wir sagen nochmal Danke, wirklich Danke. Wir werden nochmal weiter kämpfen, wirklich, bis dieser Fall geklärt wird. Wir haben jetzt einen Brandgutachter beauftragt, und der werde jetzt die ganzen Sachen untersucht. Und wir werden euch auch alles informieren, natürlich, sein Name bleibt erstmal anonym, weil wir das bemerkt haben, dass die jeder Schritt, die wir jetzt machen, dieser Polizei und der Stadt und der Staatsanwaltschaft, die versuchen alles rauszukriegen, mit wem wir zusammen arbeiten. Aber dieses Mal, mit dieser Brandgutachter, werden sie nicht rauskriegen. Ich sage nochmal Danke, wir laufen alle zusammen bis zum Bahnhof. Bitte, bitte zusammenbleiben. Es ist noch nicht Ende, wir wissen nicht, was die vorhaben. Aber Fakt ist, wir haben die auch gesagt, wenn sie eine angreift, wir greifen auch an. Lass uns alle zusammen zum Bahnhof laufen. Danke. Das war die Schnur. Das warгор Blut aan deine Hände! Blut! 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 Blut an deine Hände! Blut! Blut! Blut am anderen Engeln!